Was machen wir jetzt? Die Maschine an die Küste, stoßen zu unserer Armee und kehren zurück in den Krieg. Wer bist du? Ein britischer Offizier, Andy Samen. Unsere Armee wurde zerbrochen. Drei Sprecher hat eine Chance für Spotted Team. Du bist offiziellt präzisierter der 3. Reich. Sollten wir sie nicht erschießen? Nein. Warum nicht? Wir sind keine Hotten Totten, Schwarz. Ich bin auf ein ausbrannt Tysk flir. Nein. Mannschaften? Ich weiß nicht. Ich bin ein britischer Offizier, und ich habe keine Intention von Orders von dir. Wake up, Kapitän! Und du? Go to your bed. Not a very sporting gesture. This is war. Not a silly game in your country, Kap. You win the pissing contest, Donk. Congratulations. This is the British side, and this is the German side. Why are you Germans so obsessed with rules and regulations? You will never understand. That is why Germany is great, and the British Empire is crumbling. Crumbling nonsense. The Empire is doing fine. We are out of food, and there is hardly any wood left. Why don't we go our separate ways? May I introduce you to the beautiful Norwegian countryside? Please don't. Please don't. Please don't. Who was on the floor? Let's face it, we're all going to die here.